Ich bin Detective, ich ermittelt Ich hab mich grad irgendwer angeballert, oder war das nur? Ich hab Fenster im Fensterkopf geschnitten Ich schlag die ganze Zeit gegen die Wände Schaut mal mal machen, ne? Schaut mal machen, ja? Schaut mal machen, ja? Holly ermittelt Möchte jemand meine One-Shot-Waffe haben? Komm, ich verlose sie mit der Waffe Ja, ich, 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 ich Ich, 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 ich Was musst du mir dafür machen, was musst du mir dafür machen? Wirf sie hin, wer sie zuerst aufhängt Ja, ich weiß ja nicht mal wo ihr seid Muss man dafür auch nie abonniert haben Oh Gott, die ist losgegangen Oh mein Gott Nein! Oh, bei mir ist Mano, bei mir ist Mano, bei mir ist Mano, bei's mir Maman, man, man, man Nimm sie, ich fühl sie nicht Der ist losgegangen, der rutscht Mordado okay? Tut mir leid Hände da! Ich zählte gerade einer Leute! Wollt ihr da von meine Main-Waffe droppen? Warte, 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 warte Oh, Zombie war Traister Mondado, hast du gerade gebrannt? Zombie war Traitor übrigens Aber du bist Traitor Es ist Manu, es ist Manu, er hat die Flare Gun, er hat die Flare Gun Kann ich zielen, weil ich... Hä, Mondado, BTF, ich fahr auf mich Was denn? Kann man den wiederbeleben? Nein, den kann man Kann man den wiederbeleben? So belebt man Leute wie Ja, es tut mir leid Aber die One-Shot-Waffe hat den richtigen erwählt Da ist Manu Ich brenne, Aua Das war ein Schuss in den... Ich brenne Ich glaube es ist Dealer Manuel, bleiben Sie stehen, Sie sind verhaftet Im Namen des Gesetzes Überstellen Sie ihm jetzt einen Richter Manuel, bleiben Sie stehen, Sie sind verhaftet Hören Sie auf zu schießen Das ist ja irgendwie schlecht Nein Alter, ich hatte schon so wenig HP Ursach hat nicht geschossen Ursach hat nicht geschossen Er wollte, dass er sich ergibt Ich wollte, dass du dich ergibst Aber Holly, was für eine schwere Behinderung muss man haben Dass man denkt, dass Linksklick die Waffe rauswirft Das war doch nur ein Spaß, das habe ich absichtlich gemacht Genau Aber Manu, ich fand es ziemlich traurig, dass du mich erschossen hast Ich dachte es Es ist einfach losgegangen Das war ziemlich doof, glaube ich Anu, das nächste Mal ergibst du dich bitte, okay? Okay Was ich dich festnehmen will Ach man, hätte ich nur voll AP gehabt Das wäre so witzig Spielskrisen So klingst du So kling ich So kling ich Okay Hallo D-Lay, Hallo D-Lay Ich bin auch Traitor geworden Hier, Rosaf, Rosaf Ich bin auch Traitor Ja? Ach du auch Du bist auch Traitor, Modallo Okay, wir haben uns Tratactyl Ja, was macht man denn eigentlich in der Runde Wo alle Traitor sind, verstehst du? Ich treffe nicht Ja, man, man isst Menschenfleisch Rosaf, wo bist du? Komm her Olli ist im Traitor-Shop gewesen, oder? Hahahaha Äh, nein Oh nein Oh nein Warte, pass auf, ich zeig dir, dass ich hier noch bin Ach, nein, sag einfach Nein, ich belebe ihn wieder Ich belebe ihn wieder Guck Ich schränke belebe ihn bestimmt wieder Moment, warte Und alle Wände Der gesamte Map belebe ihn bestimmt wieder Warte, warte, warte Pass mal, Holli ist leicht wieder liegen Weißt du, Holli schaut wieder Wände an Und wird wieder erschossen Das ist richtig Ich weiß es nicht Das ist grausam Moment, Manu, bleib nicht zusammen Bleib stehen Ich muss ihn wieder beleben Moment Ja, ich belebe ihn auch wieder Wieder beleben Jaaaa Drei... Was denn? Wo ist Zombie? Hinter der Mauer. Hier? Wie weit bist du denn weggeflogen? Kommt man da hin? Links. Nicht da rein. Über den Tisch doch. Achso, ja, so geht's auch. Stell dich an. Da. Hm, wer ist denn jetzt Treter? Ich auch nicht. Wie kommen wir denn hier überhaupt rein? Andere Seite. Andere Seite. Warte, aber dann nehme ich dich lieber mit. Ich hab so einen mühevollen Weg auf mich genommen. Dann nehme ich dich auch mit. Oh mein Arsch wackelt ganz schön. Jaaaa! What the fuck? Hallo. D-Day nein, nein, nein. D-Day du bist festgenommen. Du kannst dich jetzt noch... Alter! Ey, ich bin aber mit nem Magix-Trick rum. Mit nem Magix? Magneto. Ne, Magix. Nein, Magix. Weil das... Die schweben noch da drin. Aber Maudato, das fand ich grad irgendwie lustig. Warum hast du dich nicht gewehrt? Versteh den Ohrzaft nicht. Ich hab mich nicht gewehrt, weil ich ne Leiche in der Hand haben musste. Ohrzaft. 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 Ich hab dich in den Traitor-Shop zu gehen, wenn du Inno bist. Wenn ich gegen Wende zähle. Das ist ja okay, gut. Weil das verboten ist, stand nicht in der Regel. Das war's. Ja, okay. Hab ich jetzt zwei Stride? Verdammt. Alter, ich hab grad richtig die Scheiß-Karma. Du bist Scheiß-Karma. Dafür wirst du jetzt bei Varu wiederbelebt und nochmal getötet. Diesmal schlägt dich aber Mr. Moor von dem Hügel runter. Das hab ich verdient, ja. Ich bin Detective. Hallo Holly. Vertraut mir. Ich bin ein Wurstbrot. Bei mir ist zum Beispiel. Ich bin Detective geworden. Ich bin Detective geworden. Vertraut mir. Ja, ich vertrau dir, Mautan. Gib mich. Ich vertrau dir. Hier, ich liebe dich so sehr. Nimm meine Pistole, nimm meinen Magneto-Stick. Den kann ich nicht machen. Ohrzaft. Ohrzaft. Hier. Nimm das. Das Nitz-Kombo passt auf. Boah, Usaft hat voll die Galle Waffe. Ja. Hallo, bist du da? Ich hab's nicht. Ohrzaft. Wieso geht auch zu weit? Gib mir die Waffe. Nein, okay. Ich will nicht, dass du mich erschießt. Ich hör'n Piepen. Ich hör'n Piepen. Okay. Ja, dann ist es Holly. Die legen immer zu viel. Ich war nicht mal in der Nähe. Ich war nicht mal in der Nähe, Mann. Ich war bei Dealer hier. Ja, wenn immer. Ich zeig' grad die Hunde in der Kabine. Darf ich ihn? Nein, nein, nein. Nur mit vollem Verdacht. Okay. Ich war's nicht. Ohne Prozesse. Nochmal ist Friendly. Der hat Magneto-Stick. Ja, wenn's hier bliebst, dann sollten wir vielleicht... Komm, kreuzen wir die Magneto-Sticks. Magneto-Stickfechten. Achtung, da kommt die, ne? Ich such' die Bombe. Was macht ihr denn da? Ey, ich hab das gesehen. Oh ne, die haben Magneto. Oh oh. Oh oh. Die Bombe ist hier irgendwo. Wo ist Holly? Wenn Holly wegrennt, dann ist sie echt... Oh, Samuel wurde angeschossen. Samuel wurde angeschossen. Hä? Ja, ich hab volles Leben, Manu. Was sag' was du? Ja, aber du wurdest von oben angeballert. Hä? Hast du das nicht gesehen, Alter? Ich hab Kräger. Ja, dann Holly. Holly ist als Einziges in der Position, gegen jemanden anzuballern. Ja. Holly war das. Ja, aber... Leute! Der Detective! Warum schießt er auf den Detective? Manu schießt! Manu! Was war das TV? Okay, Holly und Manu. Nein, ich bin's nicht. Ja gut, tut mir leid, Holly. Wenn du's nicht warst, dann ist das auf jeden Fall Manu. Der hat mal wieder gelogen. Echt schrecklich. War's Holly nicht? Ich weiß es nicht. Doch, er war's. Ach doch, er war's. Okay, dann hat Manu nicht gelogen. Heißt, Manu ist auch irgendwie bei Inno. Ich hab meinen Schuss an Holly verschwendet. So, wo ist Manu? Hä, ich bin Inno! Ich hab grad die Bombe! Boah! Boah, Alter! Klack, klack, klack. Klack, 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 Klack. Klack, 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 Klack. Klack, 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 Klack. Klack, 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 Klack. Klack, 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 Klack. Meine Waffen ist leer. Oh! Oh! Ja Pass auf, ich habe die zu viel gelegt und dann direkt gesagt... Manu, hast du nicht gesagt, Holly ist es? Ich habe gesagt, dass Sommer von oben angeballert wurde. Ich wusste nicht, dass ich dann direkt Holly komplett entahnt. Bin im Clou! Dann schreie ich Manu... Manu muss auf jeden Fall Inno-Sin sein. Ja, ich habe gedacht, er hätte das gesagt. Ja, war ja auch gut, weil ich halt gesagt habe, dass er zu viel war. Ja, Skylands. Oh ne, nicht die, ich hasse die Map. Ja, dann votet halt. Ich hab auch gewotet, auf den Clou und besser. Die sind Nichtwähler, die sich dann beschweren über die Regierung. Furchtbar. Wir können die Map ja gleich wieder ändern. Nein, weil es gewählt wurde, wurde gewählt. War doch die Nitric FPS Map auch, oder? Ja. Ich will die Map. Wie man noch beschuldigt wird, wenn man zwei Runden vorher bei C4 gelegt wird, und dann in den dritten C4 gelegt wird, und das ist immer sofort Traitor. Nein, du warst ja nur als Einziger da in der Nähe, wo du das hättest sehen können. Nee, ich war es ja. Ich hab von der Position, wo ich es gezündet habe, gesagt, dass es piept. Aber Holly, ich glaube, du wurdest diesmal sogar wirklich am meisten vom Detective getötet. Das ist ein Achievement. Darüber kannst du dich freuen, Holly. Ja. Oh man, die Map wieder. Oh, die Map, das sind so alte Gefühle. Ja, können wir die ändern? Nein. Warum nicht? Wir haben die schon ewig gespielt. Keine Ahnung, wie es doof. Ja, die ist echt immer gespielt. Ich mag die Map. Ja, du blöder Hipster. Damals war noch alles besser, als wir immer diese Map gespielt haben. Damals gab es auch nichts anderes. Scheiß Hipster. Scheiß Nazi. Okay, ich mach noch 15 Minuten. Dann muss ich mit. Oh man, bitte. Es lohnt sich auch nicht mehr, die Map zu wechseln. Also war es das. Nein, wir machen die Map noch 15 Minuten. Ja, ja. Okay. Du bleibst stehen, komm. Okay. Nee, warte, wir stehen einfach ganz normal. Oh ja. Oh Gott, es leckt. Oh Gott. Boah, ich will erfassen uns. Hallo Holly. In der Sekunde hab ich reingezoomt, und dann hat das so richtig geleckt. Ich hab keine Wache. Aber man ist innocent, würd ich mal sagen. Wird immer schwindelig, wenn ich hier diese Treppe hochlaufe. Hätt ich sofort runtergeschubst. Nein, für mich ist richtig. Manu, ich vertraue ich einfach. Da. Okay, du bist jetzt rein. Warte mal. Ah. Ein Freund. Nein. Nein, nein, nein. Ring. Ich will einfach runterschubsen. Ich bin so gemacht. Oh Gott, auf dich wurde geschossen, ne? Hä? Ja, hab ich gesehen. Von unten. Was war das? Ich war bei irgendjemandemann. Bei Holly, glaub ich. Bei Holly, glaub ich. Warte, wer ist da hinten? Ich hab den Namen nicht gesehen. Ein weiterer Beweis dafür, dass ich inner bin, Leute. Ein weiterer Beweis dafür. Ich glaub ich was. Hä? Okay, sorry. Ja. Okay, ich halte mich ab. Hä, Mondado hat aber die perfekte Position dafür. Ich trau mich nicht. Ja, da bin ich für den, was hinklaufen. Ich bin da eben grad... Ich hab ne Schrotflitte. Wie soll ich da snipern? Ja, keine Ahnung. Ich hab nicht gesagt, dass er ne Sniper war. Ich weiß nicht, was es war. Ich auch nicht. Äh. Von da oben, von da oben. Ja. Dein Profi ist... Mondado hast du grade... Da, Zombie, Zombie. Da, 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 da. Töte es. Töte es. Töte es. Töte es. Wo ist Zombie? Nein. Leute, geht ab. Schießt ihr, hallo? Ich hab ein kleines Problem. Hallo, Maudado. Hallo, ich bin schießen. Ich würd sagen, Maudado. Och, Maudado. Hab mir grad, was ich mir sagen wirst. Ich hab gedacht, du wärst Zombie. Also doch, Maudado. Och, Maudado. Hä, ne, ich hab geschossen. Mit dem Lütenlaunch hab ich auf Manu geschossen. Hä? Hä, wer lebt denn noch? Nein, keiner? Die Runde ist doch vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Spring, Dario. Ah, Stila lebt noch oben auf dem Turm hinter dir. Spring, 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 spring. Nooo. Stila, Holly schießt einfach nochmal drauf. Wir wollen ja sicher gehen. Ich will auch noch schnell, Holly. Schnell. Schnell. Was? Spring. Spring. Langweiler, langweiler. Ah. Ein langweiliger Spieler ohne Spaß. Ja. Nächstes Mal macht er nicht mehr mit. Oh, bitte, einmal noch. Wär das witzig, wenn jetzt bei mir's bei ich nicht dabei wärst. Warum wär's voll nicht weg? Das ist dann aber nur rein zufällig. Nein. Das ist dann, weil er einfach zu langweilig ist. Ja, vor allem schneid das so, dass man sowieso nix ralt. Bei mir ist zwischendurch sogar noch dener dabei, weil ich einfach Runden drin reinpacke, die fünf Jahre alt sind. Fünf Jahre alt sind. Also ich bin dafür, dass Maudado mal aussetzt. Der ist nämlich schon immer dabei, seit Anfang an. Ja. Super langweilig. Grüße. Am Gel Hindi вообще nochmal voll. Ich bin wieder раньше alt. Ja, aber es ist ein Scheiß. Basel. Oh Mann, du geh weg. Mann, du geh weg. Mann, du geh weg. Oh Mann, du geh weg. Ich bl... Irgendwie blockierum, Wann bei Wann. Mann, du geh weg mit ihm. Ich blocke mich. Oh, okay. Wo das wurde gestorben? Wo ist Detektiv? Das wird in den Ecken gefallen? Test Sterektiv? Das war's, ja. Hast du Now. Achso, du bist es? Äh, he pieces? Zumbe! 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 Komm mal her! Komm mal her! Gibst mich runter! Niemand wird hier geheilt? Äh, hat schon jemand anders gemacht. Niemand. Hallo? Auf dem Dach oben wurde gerade jemand runtergeschubst. Tot? Hä? Lol. Warte, was ist gerade... Okay, Holly. Wer ist Detektiv? Wer ist Detektiv? Ich denke, es ist Zumbe. Modado hat gerade ihm gesagt, dass er runtergeschubst werden will von Zumbe. Und komischerweise war Modado dann tot. Ja, weil er mit dem Newtonlauncher abgeschossen wurde. Ich schleiche gerade. Hey, aber was ist denn der Zufall? Wenn das genau passiert, wenn er sagt, Zombie schubst mich. Wenn er sich an eine Kante stellt und er mit dem Newtonlauncher über die gesamte Map schießen kann, ist das kein komischer Zufall. Alter, warum liegt hier Holly rum? Ah stimmt. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin außer Gefecht. Gott ey. Mann, stimmt mir zu. Mann, du musst Traitor sein. Leute, ich komme nicht mehr raus. Ich bewege mich einfach mal in Zeitluke. Er hat eigentlich einen Zeitluke erschossen. Hallo? Ich weiß ihn nicht. Ich habe ihn gerade entdeckt. Alter, ich bewege mich gar nicht in Zeitluke, Leute. Kann ich nicht springen? Ursaft macht mir Angst. Nee, du mir auch. Gott, ich verstecke mich jetzt. Meine Töter kann mich einfach hier töten, weil ich nicht mehr wegkomme. Und du bist kein Töter, Daniel? Ich bin Detective. Detective. Achso. Und ich bewege mich in Zeitluke. Weil ich ihm spinne, weißt du? Achso. Achso. Ja, darauf habe ich gewartet. Ich habe einen Traitor getötet mit der One-Shot-Waffe. Sicher? Sehr gut. Ja, weil er hat den Launcher gedroppt. Hast du einen Untersuch? Nein, aber ich komme nicht nach links. Gelay lauf ein bisschen nach links, dann kannst du wahrscheinlich hoch. Ich habe dreimal in den Kopf geschossen, du. Nach links. Jetzt kannst du jetzt springen. Loop. Nein. Ich kann nicht springen. Siehst du, wie ich mich bewege? Ja. Ja, ich sehe es. Ich könnte einfach runterkommen. Nein. Wer ist denn noch da? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Spring! Spring! Spring lieber, spring lieber! Nein! Wirst du wohl springen? Okay, ich springe, aber ich bin zu langsam. Spring! 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 Boah, Alter! Boah, Alter! Nein, ich springe! Ja, er steht vorher! Ja! Ja! Ich werde vielleicht mügel! Alter! Mir retardet! Der Messias! Ich schwebe einfach. Ich schwebe einfach. Oh! Hä? Und dann superschnell. Gras, Mann! Er wird es auf seinen Kopf stoppen sollen. Es wäre noch cooler gewesen, wenn ich ihn noch erschossen hätte, bevor er springen könnte. Ja. Weil Delay. Ich dachte, gegen den Messias habe ich eh keine Schafe. Alter, ich bin auch so langsam beim, äh, als Spectator. Ja. Okay, das jetzt die ganze Zeit ist. Nee, das ist wieder normal. Hallo! Dann war aber die One-Shot-Waffe, ne, gerade? Ja! Ja, ich hab jetzt überlegt, Newton-Launcher da normal. Da dachte mir, normal... Wer hat Modano weggeballert? Ursacht, ne? Nee, nee. Ich hab heute nicht weggeballert. Ich, ich hab weggeballert mit Newton-Launcher. Ja. Und du hast mir dann trotzdem noch zugestimmt? Ja eben, du musstest Traitor sein. Ich hatte recht. Ich hatte auch recht. Du stimmst mir nie zu. Wenn du einmal sagst, dass ich Traitor bin, dann muss ich Traitor sein für immer. Naja, wenn du auffällige Sachen machst... Ja, ich hab hier nichts gemacht. Du, 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 du.